Herzlich willkommen im Hause Schulas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und heute möchte ich euch die Botin der weiblichen Urkraft vorstellen, gerade ganz frisch gepinselt für eine wunderschöne Seele, die sehr vielen Kindern ein Zuhause gibt und die ganz nah dran ist an dieser Kraft. Botin der weiblichen Urkraft. Geliebte Seele, wahrhaftiges Sein, kraftvolle Botin findet ihr Heim. Durch dich, liebe Seele, fließt Leben pur, bist mit allem verbunden, deine Natur. Nicht der ist erleuchtet, der zum Lichte strebt oder der sich über andere erhebt. Es gilt zu umarmen das Dunkel in dir und schon geht sie auf die wirkliche Tür. Denn du weißt um deine göttliche Kraft, es sprudelt hindurch der Lebenssaft. Mit deinem Sein kannst du wählen und handeln, kannst Dunkles in etwas Helles verwandeln. Deine Macht ist gewaltig, genährt aus der Quelle, gib dich hierhin der kraftvollen Welle. Begrenzung und Form braucht der Menschenverstand, die Intuition längst die Wahrheit erkannt. Das Wunder, der Liebe Grenzen nicht kennt, der nicht vertraut, der rennt und rennt. Sorge für dich, schaffe dir Raum, lausche dem Leben, dem weißen Baum. Andacht für dich darf da nicht fehlen, sei Mutter für dich wie für andere Seelen. Deine Seele hat Macht und ist grenzenlos, liegt warm und sicher in Pachamamas Schoß. Sie ist die Mittlerin zwischen Himmel und Erde, erinnert uns immer an Stirb und Werde. So vertrau auf die Kraft deiner Intuition, meisterst du jede Situation. Flügel der Liebe dich weich beschützen, können dir auch beim Seelenflug nützen. Geliebte Seele, sanftes Sein, deine Brutin der Urkraft zieht zu dir ein. Deine Schola. Und ich kann nur sagen, es war mir eine riesengroße Ehre, für dich zu malen, liebe Seele. Und danke dafür, dass ich deine Energie hier in das große Kollektiv geben darf, die Energie der weiblichen Urkraft. Ja, es war mir eine richtige Freude, auch das Bild entstehen zu lassen. Und ich habe dabei gesungen und getanzt. Es war wirklich so, wow, das war so schön. Vielen Dank. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann gib dem Video ein Like und abonnier den Kanal. Und ja, gut ist es auch, wenn du das Glöckchen aktivierst, weil dann kriegst du auch immer Informationen, wenn wieder ein neues Video hochgeladen wurde. Und ganz doll freuen würde ich mich natürlich auch, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst und es einfach in die Welt gehen lässt. Ja, alles Liebe euch und schließt euch der Quelle an. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Kraft wir eigentlich haben. Es geht Göttlichkeit durch uns hindurch. Und wenn wir uns da hineinbegeben, in diese Kraft, dann entsteht ein neues Bewusstsein. Der Wandel ist da. Und Zuversicht habe ich durch dieses Bild wirklich bekommen. Dankeschön. Vielen Dank.